Leute, was geht ab? Wir schreiben den 11.09.2023 und gleich ist es soweit. Ich hab hier den Livestream von Netflix offen. Die haben ja momentan die Geeked Week und da werden voll viele Trailer vorgestellt. Also Umbrella Academy war vorhin da, Sweet Home war da, Squid Game war da. Und gleich kommt was von Avatar. Ich bin extrem gehypt, weil wir nach 5 Jahren der Ankündigung von der Live-Action-Serie und dann einen Drop von 4 Bildern und vor 2-3 Wochen nochmal 5, 5 Bilder waren es glaube ich. Ja, wir kommen jetzt endlich mal, endlich mal Videomaterial. Wir bekommen endlich mal Videomaterial, Leute, und ich glaube gleich jetzt los. Deswegen, ich labere gar nicht viel, ich bin extrem gespannt. Ich bin der Meinung, dass Netflix bei Avatar vor allem Druck hat, wegen der Vergangenheit, mit Shameless Ding Dong, wie Nickelodeon mit Korra umgegangen ist und auch allgemein das Brian und Mike das Projekt verlassen haben, um halt, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach hat Netflix in dem Sinne Druck, dass sie es den Schöpfern jetzt erst recht beweisen müssen und zeigen müssen, ey, wir schaffen es auch ohne euch. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich bin so gespannt, Leute, ich bin so aufgeregt, Mann. Ich hoffe, es werden nicht nur wieder 4 Bilder, Leute, wenn ihr die Reaction noch nicht kennt, hier oben, ich hab's euch verlinkt, aber ich würde sagen, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh, ich bin so aufgeregt. Leute, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch beim Stream dabei wart oder gerade seid. Äh, nee, wart, äh, und wie ihr es findet, Leute. Ich kann nicht mehr, mein Herz. Leute, der Trailer kommt, okay. Bitte enttäuscht mich nicht, bitte enttäuscht mich nicht, bitte enttäuscht mich nicht, bitte enttäuscht mich nicht, bitte enttäuscht mich nicht. Okay, Leute. Oh. So, okay. Oh, ich kann nicht mal Pause drücken. Nein. Zeit ist der verdammt. Oh, Iroh. Oh, Marschuh. Oh, sei es geil. Oh, ich will Pause drücken. Oh. Oh, geil, geil. Okay, okay. Oh, ihr kennt den Soundtrack. Oh, mh. Aus der Serie, ja. Oh, Asula, mh. Oh. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, das freut mich voll, oh, man. Oh, Feuer und Luft und, ah. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Leute, ihr habt es gehört. Oh, mein Gott, der Trailer ist vorbei. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen dieses Gequatsche von den Moderatoren an gehört, die ja auch selber meinten, dass die, ähm, gerade echt emotional wurden. Und, Leute, mir wäre beinahe auch nicht, oh, boah, ich kann nicht mehr reden. Mir wäre beinahe auch nicht reiner gekommen, weil, oh, man, das sah echt gut aus. Das war viel zu viel auf einmal, man. Dann Suki, also die Kiyoshi-Kriegerin, der Eroben, dann Appa, Momo. Wir sahen, sahen Aang im Avatar-Zustand. Wir sahen Omashu. Wir sahen den Eisberg. Wir sahen, also, Leute, ich lade auf jeden Fall auch nochmal eine Analyse hoch, wo wir wirklich jedes, auf jedes, auf jedes noch so kleine Detail achten und alles ein bisschen halt analysieren. Aber, oh, mein Gott, ich bin richtig zufrieden. Wirklich, ich hatte ja gerade am ganzen Körper Gänsehaut, wo, wo Appa irgendwie so hochflog und dann war Momo daneben und dann, äh, Leute, ich bin richtig happy, dass es wirklich einiger Mal, beziehungsweise es schaut gut aus. Ich will, ich will auch nicht meckern oder so. Das Ding ist, beziehungsweise, was mich gerade ein bisschen beruhigt ist, dass auch die Moderatoren meinten, dass die eine echt hohe Erwartung haben und, ähm, es gibt mir Hoffnung, Leute, es gibt mir Hoffnung. So ein Charakterdesign ist extrem geil, das Bändigen, also diese Elemente, die wir gerade in den Trailer sahen, sahen extrem gut aus. Wir hatten viele Details, wir hatten, ah, Sukos Martial Art, also, so, boah, Leute, was sagt ihr dazu? Ich bin gerade einfach nur hyped und ich freue mich richtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein positives Video oder eine Reaction von einem Projekt von Avatar auf Netflix auf meinem Kanal hochladde, aber, Leute, was, was war das? Leute, haut mir bitte in die Kommentare, wie eure Erwartungen sind, was ihr denkt und schreibt mir bitte, ob ihr jetzt auch wieder mal eine Stunde gewartet habt, bis das Avatar-Zeugs kam, also der ganze Staff von Avatar und, boah, Leute, boah, die meinten jetzt auch, dass auf Netflix, auf der Website, ähm, es irgendwelche Arts gibt, äh, über die Serie, die werde ich im Moment im, blablabla, ich kann echt immer reden, Alter, Leute, was war das, Mann, ich bin richtig, um, okay, stopp, wartet mal, wartet, eins nach dem anderen. Ich schaue mir jetzt diese Art-Styles an, packe die auch in die Analyse, die setzen wir jetzt direkt an die Analyse, auch wenn ich morgen Frühschicht habe, aber, Leute, wie fandet ihr diesen Trailer? Oh mein Gott, ich war noch nie so glücklich in dem Video, Leute, merkt ihr das? Ich will jetzt sofort nochmal den Trailer schauen, ich muss jetzt nochmal diesen Trailer schauen, Stück für Stück, Leute, wir sehen uns im, 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 im nächsten Video, Leute, ich bin gerade einfach nur, baff, ich hoffe, euch geht's auch so, ich hoffe, ihr seid auch happy damit, was wir gerade zu sehen bekamen. Ihr könnt mir gerne ein Abo auf den Kanal da lassen, wenn ihr alles mitbekommen wollt, alles über News, über potenzielle neue animierte Serien, über neue Filme, es wurde ja auch voll viel angekündigt und so weiter und so fort, über die Comics, über Videospiele von Avatar, alles findet ihr hier bei Fabian. Leute, ciao, 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 ciao.